Wo ist meine Brille? Wo ist meine dumme Brille? Was zur Hölle gehören? Warum findet man manche Sachen nicht, obwohl sie an den offensichtlichsten Orten sind? Oder man will in den Kühlschrank gucken, guckt aber stattdessen in die Waschmaschine. Und ein Klassiker, das schon jeden Mal passiert ist, man will seine Wäsche in den Wäschekorb schmeißen, aber semmelt sie irgendwie in die Toilette. Was mir natürlich noch nie passiert ist, was auch kein Problem wäre, weil unser Toiletten, was aus kristallklarem Bergwasser besteht. Wenn du schon mal in der Küche bist, kannst du mir gleich eine Milch aus dem Geschirrspieler holen? Danke! Warte mal. Mir passiert das extrem oft, dass ich irgendwelche Wörter verwechsel, zum Beispiel in den Kühlschrank mit dem Geschirrspieler oder etc. Oh, etc. Ich habe abituriert. Oder wenn ich auf einer Party einen coolen Spruch lassen will. Haha, das ist mir letztens beim Masturbieren auch passiert. Und mein Gehirn denkt sich in der Schule immer so, ach egal, das brauche ich mir nicht aufschreiben, das kann ich mir merken. Fuck. Oder man hat gleich einen Test und man weiß wirklich alles. Und dann sitzt man davor. Fuck. Mein Gehirn kann zwar komplexe Matheaufgaben lösen, aber was kommt noch mal nach... Pfff. Aber was kommt noch mal nach... Mann. Aber was kommt noch mal nach... Mann, ey. Aber was kommt noch mal nach dem S im Alphabet? A, B, C, D, E, F, G... Oh Gott, anders kann ich es nicht mehr. Oh, und da gibt es diesen übernervigen Popsong, den ich über alles hasse. Oh, aber ich kenne den Text auswendig. Und oh, den ganzen Tag wiederhole ich ihn in meinem Kopf. Pfff. Pfff. Oder ich mach abends den Rechner aus und danach fallen mir tausend Dinge ein, die ich noch erledigen wollte. Aber der Klassiker ist ja natürlich... Was wollt ihr hier? Welche Streichel spielt euch euer Gehirn? Schreibt es in die Kommentare. Lass uns geklaut. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch, um uns zu unterstützen. Oder stalkt uns auf Facebook. Findet ihr alles in den Beschreibungen, so die Links und so. Oder lasst einen Themenwunsch in den Kommentaren ebenfalls. Ihr könnt es auch bei Facebook schreiben, ist viel einfacher.